Ja die hauen irgendwann ab. Bis die bei dir sind, drehen die wieder um. Hinlegen. Einfach hinlegen. Leg dich hin. Hinlegen? Hast du Augen und Ohren null? Hä? Augen und Ohren null? Ja. Ja. Also wenn er bei mir was macht, ne? Ich schieße ihn ab. Ja, dann ja. Auch vorher nicht. Ja, bleibt da. Ihr geht gleich bei dir irgendwo hoch. Oder ihr versteckt euch irgendwo, wo euch die Zombies nicht kriegen. Und ich geh dann gleich los und hol dann Blut. Warte noch. Der ist ja noch nicht bei dir. Warte noch. Warte. Hier, guck mal, der an Paddel kommt in. Der an Tudor paddeln nix. Der schiebt mich. Ja, der läuft nur an mir vorbei. Jetzt dreht er um. Geil. Nichts, der dreht um. Alles ist gut. Boah. Komm, Megan, tu das nimm. So, Alter, da wollen die jetzt hier nicht gleich hochkommen. Ich glaube, ich verba... Ich glaube, ich gleich auf die Treppe. Weiß das? Was ist denn das? Oh shit. Alter, ja, einer ist ja gerade gestorben. Hacker, das ist ein Hacker, ey. Du bist tot. Ja, guck mal, zwei Tote gleichzeitig. Ja, woran denn bitteschön? Keine Ahnung. Also, ich hab einen gehört, du bist... irgendeiner ist eben woran gefallen und irgendeiner ist gerade geknackt. Und er wird irgendwie... keine Ahnung. Ja, das meine Knack war ich. Ich hatte gebrauchtes Bein und war auf einmal tot. Super Spiel. Oh mein Gott, Alter. Wollen wir nicht gleich alle am besten neu anfangen? Okay. Okay. Ich schieß da. Oh fuck. Fuck. Ich glaub, du liegen bleibst oder nicht. Eben hat das zwar geklappt, aber jetzt nicht mehr. Weiß ich noch nicht. Ich? Nee. Zelle. Bleib holz. Das ist ja nicht so weit von uns. Ich glaub, der kommt auch nicht da hinten rein. Glaubst du, die haben sich beruhigt? Meinst du, die kommen nicht gleich hier hoch? Guck mal, bewacht mal meine Leiche bitte, ne? Ist sie auf... ist sie beim Turm? Nein, meine Leiche ist im Hangar beim Hintereingang. Oh mein Gott, Alter. Wird da jetzt geschossen? Ich hab mein Banditenoutfit nicht mehr. Leg dich hin. Leg dich hin. Ja, ich liege. Du heißt einer Nippelface. Du heißt einer Nippelface. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Draußen ist einer, Niklas. Welche Seite? Von mir? Auf links oder was? Auf dem Hof, glaube ich. Ich muss gucken. Da rennen die Zombies gerade alle draußen rum. Irgendwo sind da gerade die Zombies durchgedreht draußen. Äh, deine Leiche ist in dem Laden drin, ne? Ja. Ja, ich seh die. Weiß nicht, wieso... Ich weiß nicht, ob das auch... Ich weiß nicht, ob das auch... Ich weiß nicht. Auffallen tu das nicht, aber die Zombies seh nicht. Da geht trotzdem durch, ne? Ach so, Hacker, Alter. Immer müssen Leute im Hacken, ey. Hat der mich jetzt gesehen? Da ist. Gibt's auch gar nicht. In der Nähe, ja, ja. Ich renne da jetzt vorbei und, ja, wenn ich nicht reinkomme... Tore sind auch auf. Also, ich hab's dir zugemacht. Ja, die sind zu. Also, das Szenario, wo seine Leichen liegt, ist zu. Da unten auch. Ne, das ist auf. Das Tor unten ist auf. Ich glaub, hier ist irgendwo ein Spieler, Niklas. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Halt du das eine Tor ein auf. Halt mal halt die andere Seite, ey. Bei mir ne... Bei mir in meiner Leiche im Rucksack sind noch DMR-Magazine drin. Stacheldraht ist immer noch davor. Vorsicht Niklas, Zombies. Friendly. Ich komm durch. Oh Mann, nee. Lock Zombies an. Wer ist? Ich? Ja, du. Ja, aber ich schieße noch im Spiel. Da wurde ein Band... Da komm ich nicht rein, weil da ein Bandit drinne ist. Was? Bei dem Gebäude, da komm ich nicht rein, da ist ein Bandit drinne. Lämm ich gerade weg. Kann ich mir vernünftig ziehen? Ich schieße gerade... Wo rechts, weißt du? Hm. Du bist tot. Einfach nur liegen bleiben. Bewegen. Ich weiß. Ja, ich sag doch, da ist ein Bandit, der bewacht ist. Da kommt man nicht rein. Schon wieder unmärktig. Versuch mal einfach ganz schnell. Versuch mal einfach ganz schnell. Versuch mal einfach ganz schnell. Ohm, die Scheune. Was hast du erst gemacht? Ja, ich muss jetzt neues bohren erstmal, ne? Ohm. Der ist hier auch um... Oh fuck... Oh fuck... Oh fuck... Ich muss schießen... Oh lol, diese Dinger hauen mich, Alter. Ich hab Liegen und die hauen mich trotzdem. Das gibt's auch gar nicht. Klein Helen bin ich. Das ist ja perfekt. Dann komme ich direkt zu euch. Der Bus steht da immer noch. Ich komme jetzt zu euch gerannt, ne? Ja. Wie gesagt, in meiner Leiche ist das EMA-Magazine. Aber ich komme gleich zu dir, dann gebe ich sie dir. Dann hole ich meine Ausrüstung, dann gehe ich los, Essen suchen. Lagt da nicht irgendwo ein Reifen? Ne, ne? Ne, die lagen... ...Maschinenteile liegen. Motor-Teile. Das ist beim Waffewechsel stehen bei uns, sonst ist das doch echt behindert, ey. Die hat sich gerade irgendwas in die Luft gejagt. Kommis haben sich glaub ich beruhigt Äh, bist du, bist du da, Markus? Nein Scheiße, hier kommt gleich ein Spieler rein Jawoll Ich weiß es nicht Einmal gekillte Typen Auf jeden Fall war es ein Bondi Weiß ich nicht Das ist nicht gut Bei mir, bei mir liegt es noch hier oben Auf jeden Fall hast du eben geschrien Ja ich Sag ich doch, sag ich doch So ich komm jetzt hin Alles klar Ich bin jetzt in der Ecke Nicht schießen, ich bin drin Also nein, noch nicht 10 Meter, 5 Bin drin Das bin ich Ich mach die Tür zu Ich bin dabei Nur schießen Alles klar Alles klar Wir haben hier einen Banditen umgelegt Oh, lol Hilf mal eben bitte einer Schnellen Zombie, der da läuft Danke Nein, der lebt aber nicht Nein, der lebt aber nicht Alter, gibst das? Ab auf die Leiter hoch Oh, ey, ruf die Treppe Ich hab was zuerst für dich, Nicky Bei Dosen Ey, sag mal, das Kann doch nicht sein Was sind das für fickte Zombies hier, ey Komm einfach nach oben Oder bist du schon nach oben? Ich mein Markus, man Dass ich mein LS-Pack hier kriegen kann, ey Mach doch Scheiß-Inventar Kommst du nicht schliessen? Oh, leck das Ja, warte Krass, du Leg dir das da hin Boah, Licht hier Mach weiter Ich mach hier weiter Ach du Scheiße Wollen wir hier nicht mehr rausgehen? Ich mein Ich komm hoch Ja, mach das Ich lenke die ab Ich leg dir jetzt den DMR Magazin in den Rucksack, ne? Ja Moment, das bist du gar nicht, oder? Ne Na, Paddel steht im Weg Sorry Hab gerade hier so eine gute Position gehabt Oh mein Gott Alter, jetzt fangen die Spass dies wieder an zu sammeln, oder was? Oh Gott, ey Wo ist der Hohensohn? Da ist er Alter, Maul, Alter Was da, ey Kommst du durch? Ne Kannst du eigentlich nicht durch? Na, jetzt ja Ne Du musst ganz nach rechts Ich geh nach links So Bleib mal stehen Ne, Klass, bleib stehen Hast du irgendwie Standard-Kundition? Was hast du? Tür geht unten auf Ja Spieler Da ist ein Spieler Scheiße, Bandin Kommt wahrscheinlich auch von hinten rum Achtung Hältst du vorne in Sicht Ja, halt dich Das bin ich Alter, Alter, lauf Nein, noch nicht Die leben noch Der ist hinter Hinten an der Tür Ja, pass auf Da Ich halte hier hinten in Sicht Leg dich einfach da hinten In den kleinen Raum da rein Lock die Zombies hier her Geilwichser Jawoll, ich weiß, wo der ist Zombies verklappen ihn gerade Scheiße Da frage ich mich auch gerade Ja Oh Boah, wenn das hier nicht so lecken würde Würde ich mir hier nicht immer in die Husenscheiße Ey, das sieht immer aus, als ob die Zombies wieder aufstehen Das sind alle Die égial Die Die Die